Ich hätte auch gesagt, es sind Kegelia. In Kenia heißt es Kegelia. Normalerweise sind die Affen essen das, oder? Ja, aber für Menschen ist das giftig, oder? Nein. Also in Kenia sind sie giftig. Ich sage es dort dran, ja. Das ist eine Kegelia, aus Afrika. Was macht man damit? Normalerweise sagt man, ich weiß nicht, wenn das aufgemacht ist, das ist rot, wie Blut. Und am meisten sind die Afrikanerinnen, die benutzen das als Püree, machen die das auf die Haut, um gegen die Sonne zu schützen. Sie will alles essen. Mensch, ich sehe so aus, wie ich aussehe, weil ich nicht alles esse.